Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Auch weil ich wieder nicht der Zauberer sein kann, ey Ist das nervig Okay, das war es anscheinend nicht Muss das nicht angezündet werden? Ach, Mann Echt jetzt? Ähm Den brauchen wir nicht Oh, ich hab den angesprochen Ich hab den falschen Knopf gedrückt Kommst du da jetzt wieder hoch? Oh, ja Warte mal Da kommt man so hoch Und dann so Und was machen wir hier mit? Dann geh mal nach oben, keine Ahnung Nee, das kannst du wahrscheinlich runterwerfen Der ist zu hoch, da komm ich nicht hin Ja, ich kann nichts sehen hier Keine Ahnung Ich auch nicht Warum seh ich jetzt nichts mehr? Hä? Ich seh auch nichts Ich geh mal hier runter Warte mal Da ist doch was zum draufschießen, oder? Geh doch nicht weg Was ist das für ein Mist? Genau Stell dich mal da drauf Das geht auch nicht weg Stell dich mal da drauf Und dann machst du den anderen Ja, aber was ist mit der Kugel unten? Die müssen wir da mitnehmen, oder nicht? Nein, die muss ich nur zerspalten Damit das runterkam Die ist aber nicht zerspalten Die ist immer noch da drin Ach Mann Wo ist die? Die ist durchtrennt Dass ich da draufschießen konnte Ah Ach so Mensch, aber wieso? Hä? Ach, jetzt weiß ich, was ich machen muss Okay, ich weiß Soll ich dir dann Würfel hinstellen, oder irgendwas? Äh, nee Ich kann doch nicht da runter schießen Nee, du kannst da oben nicht schießen Ja, wir hätten beide da hingemusst Und dann hätten man schießen Nee, Würfel nützt auch nix Aua Ja, ich kann doch Kann ich keine zwei da hinstellen? Äh, jetzt Das ist alles Naja, das nützt mir ja nix Ja, ich sehe unten wieder nichts Das ist die Scheiße Sonst hätte ich das Ding da drüber stellen können Und dann hättest du schön hoch springen können Kannst du nochmal runterkommen? Wir machen das anders Ich hab ne andere Idee Mach mal alles weg hier Mach den Würfel mal weg Das du da Steh mal auf Stell dich mal auf das Fass Wieso kann ich da nicht das Fass hochlegen? Was ist jetzt los? Hallo Nein, du sollst den Würfel wegmachen Nein, ich will das Fass da drauf stellen Was ist das für ein Scheiß? Ja, weil du da drauf Das geht nicht Ja, aber Ich hab ne andere Idee Nein, bleib doch mal hier Och Mann Was kannst du denn? Komm doch einfach Nein, bleib doch mal da unten hin Komm doch einfach hoch Damit wir weiter können Mensch, ich will das unten abschießen Da kommen wir beide hoch Ja Ach, tu mir so auf Das ist doch scheiße Ich kann auch nichts wegmachen Was soll ich ihm wegmachen? Du sollst deine Würfel endlich dann mal wegmachen Ja, und dann? Dann können wir nichts mehr machen Mensch, mach sie doch mal bitte weg Ne, wir können aber was anderes machen Und da du ja immer im Weg stehst Kann ich es leider nicht machen Ich will das unten abschießen Ich sehe hier nichts Oh Ey, geh mal runter Es ist normal, ey Es ist nicht normal Ich kann es gar nicht mehr hören, ey Runter So Jetzt kann ich endlich mal was wegmachen So Oder auch nicht Weil der mal wieder das andere nimmt Wieso nimmt der dann immer das andere? Mann Geht mir auf den Sack hier Du sollst das wegmachen Boah, das war doch scheiße Boah, ich wollte dir einen Würfel hinmachen Und du wolltest ja nicht Mann, ich wollte ja auch nicht schießen Jetzt kriegst du den nach dem Kopf Du sollst keinen Würfel dahin machen Das würfelt den Sack hier überhaupt nicht Deswegen prallen die Dinger dann aber ab Aber so kann ich nicht auf das Ding schießen Ich muss das anders machen Deswegen Du hättest auch einfacher haben können Aber so geht es natürlich auch Äh, es ist wieder so ein blödes Ding Wo man, ach nee Du musst oben treffen Kann das sein? Kehre die Schwerkraft von verzauberten Schwerkraftblöcken Indem du sie mit einem Äh Okay, man darf nicht lesen, was da steht Ich hab jetzt die zweite Hälfte nicht gesehen Deswegen wissen wir jetzt auch nicht, was wir machen müssen Ne, halten du da mich nicht Aber wir müssen anscheinend nach oben Gut, du bist die Einzige, die nach oben kommt Obwohl, ich könnte hier viel Ah, müssen wir das Ding da raus machen unten Das, äh Na gut, ich kann ja nicht benutzen, wenn du da dran musst Ne, der geht nur bis dahin Das geht ja rum Ich dachte, man könnte da rausboxen Ähm Dann zieh den mal zu dir Wie zu mir ziehen, warum? Ja, so wie du es gerade Oder Na, eben was besser Ja Was willst du jetzt? Also schwebt oder am Boden? Dass du den zu dir ziehst Und dann? Und schweben lässt So wie es eben war Ich kann da gar nicht draufstehen Hä? Äh Okay Äh Wie weit kommt man damit? Da kommt man nicht durch Dachte ich mir schon Was ist denn Wenn das Ding sich öffnet Tut sich ja auch nichts anderes, ne? Der ist halt nur der Würfel oben und unten Aber dann geht hier unten nichts auf Oder so, ne? Ne, wir müssen irgendwie der hochkommen Geht auch nicht durch, ne? Wenn du deinen Würfel auf das Ding legst Der fällt runter, oder? Ja, normalerweise ja Ne, ah, ich weiß, was wir machen müssen Warte mal Ich muss das mal ein bisschen hochlassen Mach mal eine schiefe Ebene An dem Würfel zu der oberen Kante Also ich hab jetzt kein Wort verstanden Aber Ne Platte Mach ne Platte bitte Ich mach einfach mal hier Ne Platte, die ich nicht hierhin machen kann Nein, nach oben Wohin? Oben Zu dem Gibt es sehr viel oben, ja Mann, zu dem Vorsprung Wo ich's Wie du es eben schon fast hattest So Auf den Würfel Auf den Würfel Das ist da nicht oben Das ist dann auf den Würfel Strich Man Gegenstrich Dass man hochlaufen kann Also schräg Ja Was bringt dir das dann? Zur anderen Seite Zu dem Vorsprung Ja, aber was bringt dir das? Du kannst es ja nirgendwo festmachen Doch Es hat gerade gehalten Aber jetzt ist es irgendwie scheiße Keine Ahnung Was jetzt passiert hier Was ist jetzt los? Keine Ahnung Das zieht mich jetzt weg Keine Ahnung Eben ging's Jetzt wird es nicht mehr Jetzt werde ich immer weggezogen davon Das Ding hätten sie aussehen lassen sollen wie Luftballon Ach Mann ey Wieso gehe ich immer nach hier hinten dann? Mann, was macht der da? Nee Was auch immer du vor hast Kann das vielleicht helfen Wenn du da hoch dran springst oben? Nein Ich will, dass das da drunter ist Unter dem Ding Aber so So nah komme ich ja nicht ran Ja, dann mach das doch am Boden Was am Boden? Ja Falls du die festmachen willst Oder so weiß ich ja nicht Mach die doch hier fest Ich will die nicht Ich will, dass die da oben In der Luft schwillt Aber das Sieh so wie es jetzt ist Lass es mal los Anscheinend hält Ja, dann legst du mal oben drauf Ob das da drauf liegen bleibt Ob das runter kommt Aber ziemlich gerade dann einfach mal Was jetzt hier drauf Auf dem Würfel Ja Anscheinend Aber wahrscheinlich Wenn wir da drauf gehen Wird es runter gehen Ja, das geht aber jetzt Jetzt fällst du noch Was dann natürlich machen Könntest Ich weiß nur nicht Ob wir dann Also du kämst da hoch Ich weiß aber nicht Wenn du jetzt oben drauf schießt Ob dann unten die Tür aufgeht Ähm Achso Kannst du mal bitte Mach mal bitte einen Würfel Ja, würfel hier unten hin Weil wir könnten das hier unten Ja, immer mal da hin Warte mal Jetzt habe ich die Tür sowieso verschlossen Warte mal Nein Oha Wieso geht das Ding immer darüber Warum bleibt das nicht hier Mann, ey Du musst es auf jeden Fall hier Irgendwie haben Das ist das Problem Ja, da kriegst du nicht hin Kannst du denn zwei Seile machen? Die Kette Nein Die Kette geht ja schon gar nicht dahin Warte mal Wohin? Du musst doch nur den Würfel Mit dem Ding verbinden Oder wir machen das hier gerade So Jetzt nicht Sondern erst den Würfel Wie gesagt Oder wir machen das gerade drauf War mein Vorschlag Ursprünglich Die Frage In welche Richtung Am besten drehen Gibt's denn so, ne? Nein Halt Du bleibst Boah Komm nicht hin Nee Warte mal Ach, das ist ein Hebel Ich dachte, das muss was zum draufschießen Nein Nein Das ist ein Hebel Hallo Das ist zum Schießen gewesen Da ist jetzt irgendwas runtergefallen Hier ist so ein Zieh den mal raus Hä? Wie zieh den mal raus? Zieh den mal raus Ja, das geht aber nicht Boah, der geht doch noch rein wieder Oder was? Ja, ja, ja Nein Wieso kann ich das nicht ranziehen? Wieso geht das nicht? Hä? Das Seil kann ich nicht mehr ziehen Hä? Was? Irgendeine Scheiße Oh, nee Ja, du hast es kürzer Aber geht nicht, ne? Wenn du springst dabei Nö Ja, ja Nö Spring mal links runter Kannst du das? Oder zieht der dich zurück? Weil er kann natürlich sein, dass er irgendwo fest ist Aber ich sehe nichts Das ist das Problem Ja, der ist verkantet da drin Aber warte mal So Ja, das solltest du eigentlich danach machen Aber gut Äh Wieso drückt er den jetzt runter? Aber warte, ich kann den Kann ich aber hoch Und was bringen uns das jetzt? Geh mal da weg mit dem Ding Du musst den anderen mal machen Oder warte mal Nee, warte Aber was bringt uns das, wenn die hier oben hängen? Die sollen ja nicht da hängen Wieso hängen? Willst du die da hinhängen? Ich will da rüber Ja, ich habe nämlich auch überlegt Müssen wir nicht hier rein? Aber da kommen wir nicht weiter, ne? Wo der Würfel ist Doch, nach unten Wenn ich da drauf schieße Nee Warte mal Wenn ich hier drauf schieße Was ist jetzt angegangen? Hä? Was war das? Ach, hier ist auch noch einer Ach, hier sind Nee, das ist der andere Kann ich hier da rausholen? Jetzt haben wir hier noch einen Ja, aber wir kommen ja nicht runter Wenn ich jetzt mal schieße Ah, nee Warte mal Komm mal hier drauf Wir sind ja auch so doof Äh, nein Du nicht Moment Du Nein, das ist nicht der erfasst Der geht Nein Nein Wir müssen ein Gewicht hier drauf haben Auf dem Ding Wir brauchen die da oben Hä? Die brauchen wir hier drin Wieso hier drin? Damit wir runterkommen Pass mal auf Meinst du beide da drauf? Also, dass wir uns hier reinstellen Und dann die Dinger hier reinhüllen? Ich weiß nicht Ich glaube, das wird nicht funktionieren Kannst du mal machen, aber Warte mal Aber jetzt komme ich nicht mehr hier hoch Oh, ey, ist das eine Scheiße Danke Ja So natürlich nicht So, jetzt hol mal den einen da oben runter Ne, einen Von den anderen Nein Nein Ich muss den erstmal noch hier machen Weil du ja immer wie so ein Bekloppte hier durch Äh So, warte Ja, warte Schieß den mal an Wenn du nicht drunter stehst Hm, aber es geht nicht runter Was das jetzt bringen soll, weiß ich nicht Weil es kommt ja kein Gewicht drauf Ja, es geht nicht runter Naja, aber das Problem ist Ich kann auch nicht mehr schießen So, oder? So Doch Aber in die falsche Richtung Ähm Äh, das ist doch scheiße Ich wollte es von draußen machen Ja, aber selbst wenn ich das nach unten Lass mal los Aber das ist nicht schwer Ne, das geht nicht runter Ja, das ist ja das, was ich sage Aber wir müssen Wo müssen wir denn hin Oder müssen wir hoch Ne, wir müssen nach unten Ach doch Guck mal, hier sind doch lauter Plattformen Die drehen sich Schieß mal da drauf Dass das schwebt Ach, das musst du wahrscheinlich Auf beiden Seiten machen Ne, du musst beide gleichzeitig haben Fast Jetzt mach nichts Sonst machst du es wieder weg Ja, aber wir kommen ja so nicht hier raus Ja, aber jetzt kommen eben diese Blöcke denn so Der Grund, mein Freund Ja Ist eine Schwebeverzauberung Genau, deshalb wurde ich vorher raus Natürlich sehr rudimentär Und kein Vergleich zu acht Mächtigen und Zaubern So, die Frage ist jetzt nur Wie sollen wir da Ja, geil Und er springt mit meinen Es ist zum Kotzen Ja, und man kommt natürlich nicht hoch Muss wieder drei Stunden warten Bis das vorne ist Ne, kannst du vergessen Er ist so doof Um an die Kante dran zu kommen Oder nicht warten Oder soll ich weitergehen Nein, dieser Zauberer ist echt zu nix gut Doch der kann zaubern Ja, toll So Kommst du jetzt nach links drüber Das ist nicht links Ja, links war ich doch schon Hast du da alles eingesammelt? Weil, wie gesagt Ich war nicht da Ich konnte nichts sehen Oben auf dem Podest waren Dinge Die habe ich eingesammelt Mehr gab es da nicht Ah Aua Ah Ah Oh, scheiße Du musst von links Ja, am besten da dran hängen Genau Kannst du da noch schießen, wenn du hängst? Das Problem ist Äh Siehst du denn überhaupt noch was hier oben? Ich sehe Durch das Feuer muss ich schießen Aber wo landet der dann? Ja, warte ein bisschen tiefer Tiefer, 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 tiefer Ja, mach mal Sehr schön Danke, dass du mir die Steine auf den Kopf wirst Welche Steine? Warte Warte Warum? Ich will nicht warten Weil ich irgendwie mit muss Was ich nicht kann Okay Du kannst dich auf meinem Mitrollen Du kannst auf mir draufstehen vielleicht Nee Bring mal auf mich drauf Das kann ich nur, wenn du der andere bist Wie der andere? Ja, der andere Mit dem Schild da Dann kann das vielleicht klappen Wenn ich da hochkomme Oder auch nicht Ja, du musst schon dein Schild oben halten Oh Gott Nee, der schmeißt mich einfach runter Das war so klar Wie konnte man nochmal das Schild werfen Äh, den Schild werfen Hä? Ich hab dir so lange nicht mehr gespielt Achso, das hängt da an den Du Muss ich das hochhalten für dich? Ja, ich konnte hier das hoch runter machen Achso, das auch? Ja, du musst ja erstmal was da dran machen, oder nicht? Warte mal, links ist noch eine Kiste Aber wir müssen das Ding Das war nicht gut Äh, du musst das rechts aber gleich Achso, warte mal, warte mal Ähm Das müsste doch eigentlich gehen Guck mal, verbind die beiden mal rechts Welche meinst du jetzt mit wem? Ja, ring und würfel Was uns? Nein Warte mal Ist das ein Flaschenzug eventuell? Äh 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 Du kommst aber nicht über dieses Warte mal Kannst du Wenn du da oben dran hängst Kommst du da rüber geschwungen Von oben? Äh Aber hier dran? Ja, das bringt aber auch nichts Was soll ich da vor allem Was soll ich da? Ach, wir müssen alle Lampen anmachen Da musst du doch ansehen Ja, ach nee Darum geht es ja gerade Deswegen habe ich ja gedacht Du könntest das eventuell verbinden Nein, komm mal her Komm mal her Tu mal einen deiner Tu mal den Würfel hier unten hin Dann mach ich das Ding schon mal Ja, wollte ich ja Hat ja nicht funktioniert Weil du es nicht zusammengekriegt hast Nee, du sollst die nach unten Die hier drunter schicken Hallo Ach, wegen dem scheiß Seil Nee Einfach hinstellen Ja, verbind Hm Die mal Ja, das geht natürlich nicht Doch, das geht Aber es ist zu kurz Kriegt er gerade Doch, die Lampe ist an Die Lampe ist an So, das brauchen wir noch So, das Problem ist nur Es bleibt nicht auf Nee, nee, nee Nein, du musst den anderen Hol den anderen mal Nein, ich muss erstmal den Würfel haben Sonst geht gar nichts hier Nee, das soll ich doch gerade Das habe ich gerade gesagt Problem ist nur Ich weiß nicht, ob der da jetzt Naja, das meine ich nämlich Der wird dann weggeschoben Ja, aber Moment, 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 Moment Wie kann ich den denn da am besten Warte mal eben Kann ich die verbinden? Ich kann die doch verbinden, oder nicht? Oh, jetzt geh da runter Mann Trotzdem da rüber geschoben Boah, ey, ist das zum Kotzen Dieses Anvisieren Wo du dann immer 20.000 Mal Theoretisch Nee, warte mal Du kannst doch von oben schießen, oder? Och Mann Ja, so geht's natürlich nicht Was denn? Ob du von oben schießen kannst Meinst du jetzt von oben? Ja, mit einem Schuss wäre alles erledigt Das da oben, das kann ich nicht abschießen Versuch mal drauf zu schießen Ah, geil Ja, aber aus dem Würfel und nicht auf das Ding Jetzt hat er es wieder weggemacht Mann, das Teil ist doch runtergegangen Du sollst einfach nur drauf schießen Auf den Würfel, oder was? Ja, wo draus sonst? Ist ja unten Das ist dann natürlich komplett woanders So Mann, das häng dich dran Nein, das ist falsch Häng dich dran Du verstehst es nicht Und dann nur auf den Würfel schießen Nicht auf das andere Seil Du verstehst es nicht Schieß einfach den Würfel an Mann, das ist eine Lasse Warte mal, das eine Habe ich dir gerade versucht zu erklären Weil du dir nochmal anheben musst Du musst den Würfel bitte einmal anheben Das hat ja vorhin nicht funktioniert Das ist ja das Problem Warum geht das jetzt nicht mehr? Warte mal So Jetzt hat der wieder das andere anvisiert Das ist so nervig Jetzt Gib den Würfel mal an So Achso, ich darf nicht draufstehen Nein Oh, ich wusste es Oh, ja Das jetzt hier Hesu schließen Warte, wir müssen den anderen erstmal wieder hin machen Ja, aber nicht wenn du da draufstehst Das ist ja das Problem Doch jetzt Nur von unten rechts dagegen schießen Ja Ich bin aber schon mal weg Nein Jetzt, 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 jetzt Ich war nicht auf Ja, jetzt hast du es mir weggenommen Kann ich wieder nicht Ja, genau Mach es bloß nicht in dem Moment, wo ich daneben stehe Jetzt hast du es auf den Kopf bekommen, aber egal Ja, warum bist du auch da hinten? Du musst schießen, 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 schießen Nee, du musst da hingehen, warum gehst du nicht da hin? Weil du schlau bist Nein, du haltest hier doch aus Jetzt nicht mehr Ich bin mir nicht sicher Wow Ja, jetzt hat es verwendet, als ich noch gestorben habe Geh hin Ach, jetzt reicht das Nicht so weit, willst du mich verarschen Aber wir sind nicht gestorben Doch, ich bin gestorben Komisch Normalerweise rennen sie nicht davon Was nicht ist, kann ja noch werden Nachdem wir diesen kleinen Boss besiegt haben, machen wir am besten erstmal einen kleinen Cut, damit das Video nicht ganz so lange wird Bis zur nächsten Folge Ciao Vielen Dank für dein Like Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren Und dann ist es zum nächsten Mal Und dann ist es zum nächsten Mal Und dann ist es zum nächsten Mal